Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Blastation 3. Ich bin eure Köln für die Monore V3, Team Deathmatch auf der wunderbaren Map. Wo ist denn der Eiffelturm? Resistions, die Froschschenkel-Glopfer-Map ist heute mal angesagt. Und ich bin hier sofort mit der Striker-Buff-Map, ich habe natürlich noch die Scorpion eingepackt. Striker, schöne Waffe hier auf der Froschschenkel-Map. Und ja, ich denke mal, wir legen jetzt los, ich bin groß und ja, perfekt. Los geht's. Oh, da haben wir den ersten. Guckt euch das an. What the hell, man? What the hell? What the hell, man? What the hell? What the hell? What the hell? Okay, also das war ein kleiner Fehler von mir. So, wenn ich nochmal... Ah, da ist was! Ah, da ist was! Warum bin ich so schlecht? Na ja, warum bin ich so schlecht? Das frage ich mich die ganze Zeit schon. Ich bin eigentlich ein bisschen anderer als Player hier. So, jetzt gehen wir hier durch und... Wuhuuu! Ich werde hier weggesnuppt, Alter, wie die Kakerlaken. Ich fühl mich manchmal wie eine Kakerlake. Ich... Das muss ich echt mal sagen, ich fühl mich wie eine Kakerlake hier. Wie so ein Frosch, der gleich, äh... in Bayern wird. Weil ich habe überhaupt... Ich kann überhaupt nichts machen, ich bin voll schlecht in dem Spiel. Oh, Mann, Mann, Mann. Ja, ja, wenn ihr mein Video anguckt, dann bitte in HQ. Und Hochkant. Sonst könnt ihr es gar nicht angucken. Weil wenn ihr das Video breitbandig ansteht, dann ist nicht gut. So, Niederlagepunktilämmet erreicht. 2600 zu 7500. Jetzt guck mal hier nochmal, es schlackert hier! Boah, 3 auf einmal hier! Keine Chancen mehr! Und die Kakerlakeet geht unten und... E4, 5, 7, 2, 1, 3, 3, 1. Hat alle weggevergibt. Blöp. Ja, das war Team Deathmatch. Jetzt seht ihr gleich einen flackernden Bildschirm und... Wir haben, glaube ich, noch Zeit, um ein neues Spiel zu machen. Aus dem Grund drücke ich einfach mal irgendwas. Ich mache meine Augen zu. Achtung! Und... Wo bin ich gelandet? Sabotage heißt das. Ah, Sabotage spielen wir jetzt. Hab einfach meine Augen zugemacht und ein bisschen runtergescrollt und gucken jetzt mal. Aber was? Wir zocken. Sabotage auf jeden Fall. Ich muss euch noch was zeigen. Achtung! Ja! Aber keine Angst, Notfallkabel liegt schon bereit. Ups! Ach komm, Capture the Flag ist angesagt, Leute! Müssen wir gar nicht mal diskutieren, oder? Nichts diskutieren hier. Äh, so, äh... Ja, wen haben wir denn hier alles online? Den Rasen 2012? M-m-m-m-m-m-m... So, da sind wir schon. Gut. Moin Leute! Was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Sony Playstation 3. Ja, wir spielen heute Call of Sufie Mono Vorteil. Capture the Flag auf der Map. Registons! Wenn Sie hören, wie das IMS losgeht, ist es zu spät. Ich glaube, das ist diese eine Bombe da, die explodiert und den ganzen Tausend von Kugeln hier rumschleudert in allen Richtungen hier. Äh, ich nehme die Striker mit. Die Scorpion, Splitter, Erschütterungsgranate, Fingerfertigkeitbruch, Hardliner und den wunderbaren Stalker nehme ich auch mit. Äh, wir legen los und werden groß, würde ich sagen, und machen uns schon bereit. Äh, die Frosch-Schenkel-Map. Ja, Frosch-Schenkel-Map, warum? Weil wir natürlich in Frankreich sind, Leute! In Frankreich! Warte mal, was ist das für ein Spiel? Was ist das für ein Spiel? Ah, Capture the Flag, ich dachte schon, dass es wäre... Dingsbums. Äh... Äh, 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 Suchen und Zerstören. Sonst wäre ich jetzt nicht mehr drin. Hier schön der Eiffelturm. Wenn ihr natürlich mal offline zockt, dann werdet ihr natürlich schnell etwas feststellen. Und zwar folgendes. Der Eiffelturm stürzt ein. Oh Gott, Alter, ich habe mich so abgefeiert. Das ist ja mal oberkrass, oder? Mann, Mann, Mann. Ich finde nämlich die Offline-Maps, äh, Offline-Maps, die Mission, richtig cool. Von Call of Duty. Der blickt gar nicht, dass ich hinter ihm war. Oh, er hat's doch geblickt. Er hat's doch geblickt. Perfekt, Leute. Perfekt, Leute. Perfekt, Leute. Perfekt, Leute. 0,1. Und da bin ich wieder. Da bin ich wieder, Leute. Da bin ich wieder. Und ich mach mich noch ruhig überreit. Ja. Oh, ich brauche Schenkelmeb. Oh, mein Gott. Der Schuhli von Sohs hat mich angegriffen. Hallo, Leute. So. Du, 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 du. Ah. Oh, Zahltag, junge. Zahltag. Leute, Leute. Zahltag. Warten auf sechs, fünf, vier, three, two, one. Zero, oh, oh, oh. Und du. Gummibären hüpfen hier überall. Oh. Guck mal hier. Frankreich. Der Franzose. Ah, Puteil. Bonjour, merci. aus bärisch krack krack was man so sagt in perfect french leute leute ja ihr wisst ja ich bin nur dienstags und mittwochs vormittag online weil heute mach ich mich schon wieder los hier wieder in der woche zocken äh zocken wieder in der woche kochen ist angesagt dann hey leute ist das nicht perfekt eine konterdrohne endlich endlich lasst mich noch einen kill machen lieber gott lasst mich noch einen kill machen gott ich hab dich gern ich weiß nicht warum aber ich hab dich gern ich hab dich sehr gerne gott und ich bitte dich dass ich jetzt noch einen kill erziele weil dann wäre alles in ordnung oh nein das wäre so geil gewesen das wäre so geil gewesen ich hab mich wieder auf aber ich darf mich nicht aufregen ich darf mich nicht aufregen leute leute nicht aufregen aber ist der franzose der schwule franzose der schwuchtel franzose der schwuchtel franzose und wir haben eine halbzeit einer sieg 0 zu 1 seitenwechsel das war es eigentlich schon wieder von auch wenn es kommen sie oder alle geht hat